Was ist denn der Unterschied zwischen Bogenschützen und Planklor? Okay, Einheit mit Reichweite versehen mit Panzerung gegen Schützenangriffe. Berittene Bogenschützen erschaffen. Oh, das ist geil, das mache ich. Direkt nach fünf Tütteln hier. Und der kann noch ein Haus bauen. Wir werden dem Feind so auf die Fresse geben, ja? Ich glaube, der kommt überhaupt nicht mehr klar dann. So, der hat ein Haus gebraucht. Warte mal, warum ist denn... Nee? Hä? Steht mir einfach... Warte mal, steht mir gar keine... Keine Dings zu? Was? Ah, ich brauche... Oh, ich brauche eine Schmiede um... Oh, alles klar. Möp. It's my bad, my bad, my bad. Was hast du denn gesucht? Äh, jetzt muss ich noch kurz gucken. Was habe ich gesucht? Ich habe gesucht... Äh, wo ist es, wo ist es, wo ist es? Waffenschmiede. Das habe ich gesucht. Ah. Oha. Oha. So. Wie weit sind die mit dem Weltwunder? Zwei. Und... Eins. Alles klar. So, ich entwickle gerade Plattenpanzer für Pferde. Auch sehr geil. Da, da haben wir es doch. Dann packen wir hier hin. Und wir können mal ein bisschen Nahrung handeln, glaube ich. Wie viele sind das denn? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünftzehn, sechzehn, siebzehn, achtzehn, neunzehn, zwanzig, 22, 23, 24, 25, 27, 27, 28, 29, 30! 30 Stück! Okay, alles klar. Krieg ich hin. Ähm. Sind fünf pro Burg? 15 pro Burg? Also, okay. So, dafür müsst ihr jetzt noch ein paar Häuser bauen. So, super. Ich habe jetzt auch bald meine Leute hier zusammen. Ich glaube, wir können dem Alten dann nachher richtig mal auf die Fresse geben. Auf jeden. Ich baue jetzt nochmal. Ne, Quatsch. Du kommst auch hier hin. Du kommst auch hier hin. So, was haben wir denn noch? Hallebadier, Langschwertschimpfer. Fertig. Stein. Armbrustschützen weiterentwickeln. Ich habe noch genug Stein, noch genug, ja, Gold nimmt dann so langsam ab, ey. Oh, die stehen da übrigens auch ziemlich blöd in der Gegend rum, die Jungs. Das heißt, die machen wir bitte gerade ein Bergarbeiterlager, und zwar hier. Und, ja, Quatsch. Möchtest du da mal bitte ein neues Feld? Ja. Du kannst auch ein neues Feld machen. So, nochmal einen Schwung, neue Arbeiter gemacht. Häuser haben wir hier genug. Sieht schon bald bei mir aus wie New York. What the fuck, hier gibt's Krieg gerade. Oh, hier ist wieder Stein. Kommt, kommt. Kommt zum Stein. So, dann baut ihr mal alle schön Gold ab. Du machst nochmal ein Feld. So, und dann tun wir nochmal den weiterentwickeln. So, 250. 250. So, perfekt. Bei mir entwickelt gerade noch einiges. Und dann können wir gleich loslegen. So, Weltwunder gebaut. Hast du auch gebaut? Ja, Weltwunder ist fertig. Ah, Weltwunder ist bei mir 78%. Und dann haben wir noch die Ballistik, die ich jetzt gleich noch entwickeln kann. So, Armbrustschütze. Schwere berittenen Bogenschützen. Schwere berittenen Bogenschützen erschaffen. Und steht die nicht so blöd rum? Arbeitet, meine Freunde, arbeitet. Ah ja, der Marktkarren. Ja, super. Der Marktkarren. Einkaufen könnte ich... Ja, Gold kriege ich auch gerade genug. Brauche ich eigentlich gar nichts einkaufen. Entwickel mal die Kartografie. Hast du die bei dir schon entwickelt? Nee, ich glaube nicht. Kräutermedizin entwickeln. Bam. Mordlöcher entwickeln. Was sind denn Mordlöcher? Was? Hebt die Mindestreichweite für alle Türme. Okay, ich habe aber bisher nur einen Turm. Dann entwickeln wir das noch. Du kannst weitermachen. Du kannst weitermachen. Und meine Schiffe oben sind auch noch schön am Tüddeln. Ja? Schämmer. Jo, sehr gut. Okay, meine Dinger sind jetzt gleich soweit. Mhm. Wie sieht es bei dir aus? Was hast du so an... Ja, ich bin auch gleich soweit. Fucking ey, was hast du denn alles da schon gebaut? Krasser Scheiß, du hast ja schon voll die Stadtmauer gebaut, ey. Ja, ja. Alter Schwede. Guckt euch das an, ey. Der hat hier schon... Oh mein Gott. Bin ich hier mit meinem Popelszeug, ja? Wo sind denn deine Truppen? What? Leg mich am Arsch. Später. Alter Verwalter, Leute. Guckt euch das mal an, ey. Ja, ich hier mit meinen Popels-Truppen komme da, glaube ich, nicht so ganz so weit. Deswegen werde ich noch mal ein bisschen was entwickeln gerade, auf die Schnelle. Bring mich schon mal in Stellung. Ach so. 82 von 85. Wir brauchen noch... Wir brauchen noch ein paar Leute, die... Guck mal, die die Holz abhacken. Die zwei, ne? Die zwei, ne? Die zwei Mädels. Die kann ich gebrauchen. Krasso Mat, ey. Holz ist gut, Nahrung ist gut. Gold geht. Aber die sind da hinten auch schon fleißig am Werkeln. Hallo, ganz ruhig. Ja, komm, hallo, nochmal zurück. Ja, ja. Ich weiß. Und so, die Halle Badier kommen und, äh... Oder Halle Badier oder Halle Badier oder Halle Badier... Keine Ahnung, wie die Typen heißen. Die müssen mehr Häuser bauen. Ja, das tue ich ja gerade schon. Kann ich hier nicht ein Hofhaus bauen oder so? Meine Siedlung ist hier sowas von fett ausgerichtet, ey. Oh, mein Weltwunder ist endlich fertig. Jawohl. Perfekt. Dann können die jetzt auch mal... Also, wir haben noch... Pass auf, pass auf. Oben rechts ist ja jetzt eine Jahreszahl. Mhm. Mit Weltwunder-Doppelpunkt-Jahreszahl, so, ne? Mhm. Wenn die abgelaufen ist, haben wir das Spiel gewonnen. Okay. Deswegen würde ich vor... Aber ich bin jetzt... Was denn? Ich bin jetzt eigentlich soweit mit meiner, äh... Mit meinem Dings hier. Ja, dann mal zu. Ich komme jetzt mal zu dich. Ich stoße jetzt mal zu euch. Was hast du denn da alles, ey? Warte, ich muss ja erst mal kommen, ey. Du machst ja schon alles platt. Hör auf damit. Was hast du da alles? Ich habe noch gar keine Elefanten. Wann kommen denn die Elefanten bei mir? Hast du denn keine Burg gebaut? Du hast keine Burg gebaut? Weißt du, er hat ein Weltwunder stehen, aber keine Burg. Also. Äh, warte mal. Wie kriege ich deine Burg? Wo musst du denn da drauf? Äh, du musst auf... Jetzt muss ich mal selber gucken. Du musst... Na. So. Auf Militärgebäude. Klickst du den Bewohner an. Dann auf Militärgebäude. Und dann auf Burg errichten. Und Arminitra verabschiedet sich. So, ihr beiden. Muss leider auch schon wieder. Morgen um 5 Uhr früh raus. Und wollte noch ein bisschen Fernsehen. Noch einen schönen Abend. Gleichfalls. Dankeschön. Jo, das wünsche ich dir auch. Immer einen ganz schönen Abend. Und eine gute Nacht. Und, ähm... Chill noch ein bisschen was. Und wir sehen uns bald wieder. Und ich würde mich freuen, Arminitra, wenn du... Oder wenn wir in der nächsten Zukunft... Mal wieder was zusammen machen könnten. Das wäre richtig geil. Also, bis dahin wünsche ich dir erstmal alle Tüte. Und setze mir jetzt die scheiß Burg hin. Komm hier hinter das Weltwunder. Ja, ich habe noch keine Burg gebaut. Okay, das weiß ich jetzt. Dass ich eine Burg bauen muss. Also, hier meine bescheidenen Sachen sind hier. Genauso wie mein Marktkarren. Der ist auch sehr geil, dass der mitbekommen ist. Den schicke ich mir erstmal wieder zurück. Ja, ich wundere mich gerade. Was macht denn da? Mega. Eieiei. Ich glaube, wir brauchen gar nicht mehr angreifen. Wir sind... Wir haben gleich gewonnen. Ein paar mehr Leute hier. Aber, ähm... Ja. Hier, sollen wir mal angreifen? Ja. Können wir machen. Da kommen auch noch deine Kleriker an. Ja, ich habe hier noch ein paar Verletzte. Ich muss die jetzt mal kurz heilen. Wir müssen hier vordringen, ja? Irgendwie. Ich komme an deinen Truppen nicht vorbei. Okay, warte, warte, warte. Ich teile mich mal kurz auf. Die Einheit geht nach rechts. Die Einheit geht nach links. So, ihr bleibt da stehen. Das ist kein Problem. So, dann lass uns mal loslegen. Okay. Okay. Ich komme hier mit meinen kleinen... Ich gehe mal mit meiner kleinen Mini-Einheit vor, ja? Achso, ich schicke gleich alles los. Nur damit du Bescheid weißt. Ja, ja. Ich habe ja nur so eine kleine Mini-Einheit gerade. Und renne hier einfach mal wild durch die Gegend. Mach hier mal alles. Einfach mehr so, wie du den Weg kommst. Die können ja nix, ne? Ja, wum, wum, wum. Da war den ganzen Pfeil, ey. Du siehst nur so einen Strom von Pfeil. Das ist auch so geil. Mega. Nochmal die Hulsauplatte. Und gewonnen. Sie haben verloren. Wieso hast du... Achso. Ha! Okay. Naja, egal. Da sagt er mir, sie haben verloren. Ja, wahrscheinlich, weil ich schneide mit dem Weltwunderfahr. Oha. Jede Menge Erfolge freigeschaltet. Hey. Errungenschaft freigeschaltet. Plenker. Geheime Gegner. Leck mich fett. Geilo. Okili, dokeli. Cool. Schemmer. So, laufendes Spiel beenden. Jawohl. Ja, Baba Amenitra, du wirst wahrscheinlich jetzt schon weg sein, aber da lässt sich was finden. Hast du ja geschrieben und, ähm, ja, mit Sicherheit. Ich schreibe dich nochmal an. Vielleicht hörst du das jetzt noch, wenn ich, äh, dann siehst du es, wenn ich dich anschreibe. Mhm. So. Cool. Mega geil. War doch mal ein erfolgreiches Ding, ne? Ja. Obwohl er mir ja sagt, dass ich verloren hätte. Ja, das lag jetzt daran, weil ich mit dem, mit dem Weltwunder schneller fertig war. Ja. Das ist doch voll gemein, ey. War noch eine Runde, oder? Noch eine Runde? Oder nicht? Äh, mal kurz ein kleines Päuschen, weil ich hab gerade im Hintergrund ein paar Nachrichten gekriegt. Ja, dann lass uns ein Päuschen machen. Wie spät haben wir es denn überhaupt? Kurz, zehn vor neun haben wir es gleich. Ai. Ja, ja. Wie geht das so schnell rum, ey? Offensichtlich. Ich werde jeweils mal kurz eben meine Aufnahmen unterbrechen und ich glaube, wir sind bei, keine Ahnung, wie viel der Folge. Ich glaube, äh, Folge 500? Irgendwie so. Ja, genau. Sehr geil. Äh, ich mach dann mal kurz eben einen kleinen Cut und, äh, ja, mal sehen. Vielleicht spielen wir gleich noch eine Runde. Ne? Genau, vielleicht spielen wir gleich noch eine Runde. Ich bleib noch ein bisschen hier und ich quatsch noch ein bisschen mit euch. Also der, ähm, Nico wird mal kurz entschwinden, aber ich bleibe da. Ja. Und, ähm, wieso? Das ist jetzt auch witzig. Also hier ist jetzt das Schlachtfeld. Ja, ich stell das mal gerade so mitten drauf. Drück mal F10. Äh, äh, ja, okay, super. Danke dir. Sehr gerne. So, jetzt aber. Schnitt, Cut, bis gleich. Tschüss. Tschüss. Tschüss.